Wir hier im Jugendzentrum Highlight legen großen Wert auf ein gutes und friedliches Miteinander. Kleiner Mann, ich hab dir gesagt, du sollst dich hier nicht blicken lassen. Was machst du da? Junge, schuss mich nicht. Was hast du davon, kleiner Mann? Unsere Gäste sind stets bemüht, etwaige Konflikte selbst und stets konstruktiv zu lösen. Dank unserer Aggressionstrengerin lernen die Gäste schon früh, auf ihre eigenen Bedürfnisse zu achten und sich bei den anderen Gästen so Respekt zu verschaffen. Gib mir sofort mein Handy zurück. Du hast es doch nicht etwa runtergeschlupft. Wo ist der Baum? Im Highlight ist Platz für alle. Natürlich gibt es da die begehrten Plätze in der Nähe der Theke, doch das regeln unsere Gäste schon selbst. Dieses Jugendzentrum ist zu klein für uns beide. Sollten unsere Gäste einmal wieder erwarten, nicht alleine zurechtkommen, steht unser erwachsenes Personal jederzeit hilfreich zur Seite, die Probleme schnell und diskret aus der Welt zu schaffen. Und schließlich sind hier im Jugendzentrum Highlight alle willkommen, die ein herzliches und kontaktfreudiges Miteinander schätzen. Aufberatung Untertitelung des ZDF für funk, 2017